Rainbow Six Siege Cool and Funny Moments Ja meine Freunde, es geht weiter mit den Cool and Funny Moments, Folge 5 in dem Fall. Ich muss gestehen, ich habe eine ganze Weile nichts gemacht, aber ich möchte jetzt wieder mehr pushen, wenn ich das mal so sagen darf. Ich möchte jetzt wieder mehr Folgen rausbringen, weil ich habe so viel Zeug auf der Platte, also Rainbow Six Siege Mitschnitte meine ich, das gammelt hier vor sich hin, das ist einfach schade. Und in dem Zuge für alle neuen Zuschauer wieder einmal erwähnt, es ist immer noch alter Content von mir. Es sind Szenen aus 2016, aber immerhin Ende 2016. Ich habe auch extra wieder ein altes Menü oder noch einen Videomitschnitt aus einem alten Menü genommen, damit es ein bisschen besser passt, wie ich das halt immer mache. Wir befinden uns aber immer noch im Skull Rain DLC, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, in dem Fall fällt es auch gar nicht mehr wirklich auf, die Szenen könnten heute genauso stattfinden. Und es ist eigentlich fast schon ein Cavera Special, ohne dass ich das jetzt absichtlich gemacht habe, aber es sind sehr viele Cavera Szenen und Videos. In der Zeit als Cavera auch fast ein bisschen OP noch war und die Shotgun auch noch nicht genervt wurde und so weiter, also richtig geiles Zeug, wie ich finde. Man merkt regelrecht, wie viel Spaß mir der Charakter macht und dass ich den eigentlich dann main gespielt habe. Im letzten Clip aus dieser Folge sei noch erwähnt, da hatte ich ein bisschen Probleme mit Shadowplay. Das war die Zeit, wo es dann so ein bisschen angefangen hat mit den Problemen. Da waren ein paar Lags drin. Ich habe noch so gut es ging versucht, diese rauszumachen, also das bitte ich zu entschuldigen. Ansonsten möchte ich euch jetzt einfach in die Szenen werfen. Ich bitte euch hier vielleicht auch einfach mal, wenn es euch gefallen hat, mal ein Like oder ein Abo da zu lassen. Diese Funny Moments sind teilweise sehr viel Arbeit, es so zusammenzuschneiden und ja, wie gesagt, ansonsten wünsche ich jetzt einfach viel Spaß. Wie kann das sein? Einen habe ich, das sind zu zweit noch dort. Oh, nice, nice, nice. Danke, danke, danke. Das war richtig close, ey. Ich habe beide erwischt. Cool. Ja, deswegen würde ich sagen, wir geben den Weinkeller ein bisschen auf, oder? Würde ich auch sagen. Ja, guck mal, die haben da noch... Warte, warte drauf, was ich mache. Oh, er verhört mich durch die Wand. Ey, da liegt einer, verblutet. Der hat mich trotzdem noch erwischt, what the fuck. Kapitao steht vorne vor der Tür. Das ist der letzte. Kapitao war nach ganz oben vorm Fenster. Boah, war das gut von mir, man. Verdammt bin ich gut. Aber echt. Oh, dieses Geräusch, ich weiß auch nicht. Was, von wo, von wo, von wo bitte? Black wird höchstwahrscheinlich, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, aber what the fuck von wo? Ja! Was war das? Da war keiner. Willow schreit wieder. Jetzt kriege ich den übelsten Damage. Ich muss gleich mal gucken, ob F***s Frikadelle eingetragen wurde in die Liste. Jetzt habe ich das in meinem Video drin, dass du das gesagt hast, du Börsewicht. Was denn? F***s Frikadelle? Ja. Der heißt doch so. Auch wieder wahr. Irgendwo ist ein Schild bei uns im Flur. Da ist nichts auf der Treppe, Alter. Aber irgendwo ist einer. Irgendwo ist ein Schild. Drei Stück, Alter. Und jetzt knallt der mich noch ab, ey. Ich flippe aus. Drei Stück, Mann. Ich hatte keine Chance mehr zu reagieren. Feindsuche läuft. Der ist drin. Jetzt ist er drin. Er ist drin, oder? Nice. Nur noch ein Gegner übrig. Sensor eingesetzt. Der... Ich glaub rechts hinter die, oder? Ja. Unten, genau. Nur noch 15 Sekunden. Zeit läuft in 10 Sekunden ab. Er rennt frontal rein, wie es aussieht. Ja, er ist drin. Nice, really nice. Jetzt leg dich irgendwo hin oder so, oder ist egal, der kommt eh zu spät. Nimm dir eine Rüstung. Zum Verhöhnen, ja. Schön. Die Hälfte hat jetzt gedacht, hä, der hat die Rüstung genommen, wie geht das denn? Guck mal, man sieht's halt voll noch, man sieht's halt noch voll. Ja, das muss man ja schon mal wissen. Hier ist alles offen, aber hier ist keiner. Oh, nice. Die Bannenwelle geht weiter. Ist irgendwie entgegen hier, oder so? Oh mein Gott! Letzt der verbleibende Gegner. Oh mein Gott! So gut, mein Freund. Danke. Danke. Danke, Willow. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Das muss noch reinforcen, Mann. Ja, und so ein paar Spawn-Killspots kenn ich hinten. Aber da auch. Okay, schade. Hä? Ey, guck mal. Ich kann nicht reinforcen, Alter. Guck mal. Guck mal. Das müsst ihr sehen, Alter. Da ist ne Flagge und ich kann jetzt nicht reinforcen. Guck mal. Guck mal. Ja. Ich kann grad schlicht hier weg. Sorry. Ey, ich kann nicht reinforcen. Ich mach mal Altiv 10. Ich kann hier nicht reinforcen, weil da ne Flagge ist. Warte, ich komm jetzt. Das müsst ihr dir anschauen. Das ist es echt wert. Guck mal. Ich hätte noch ne Wall, aber ich kann da nicht hin. Da ist ne Flagge. Ich kann die Mauer nicht berühren. Ey, wie ne Flagge. Ich kann nicht reinforcen, weil das Flagge. Was? Du kannst das? Der ist doch nichts weiter. Mann, ich konnte da nicht hin. Das glaubst du mir nicht, gell? Leu, jetzt ist da ne Flagge. Runter gedroppt. Ja, die mein ich ja. Ich hatte die aber grad im Weg. Ich konnte nicht hin. Die ist jetzt runter gedroppt. Was? Alter Altiv 10. Ich schwöre, das musst du gesehen haben. Alter, das zeig ich dir jetzt. Wir machen nach dem Spiel jetzt ne Pause und ich zeig dir, was gerade eben passiert ist. Ja. Ich schwöre, der ist geflogen und wird er hochgegangen. Was? Äh, Claes müsste tot sein, weil der eigentlich im C4 stand, aber der ist nicht tot. Welchen Raum meinst du denn, diese Ecke? Ja, ja. Da wo du eben Wand und so kaputt gemacht hast. Das sind vier Leute. Wir hatten ein C4 vor oder so. Easy. Fui. Fui. Da war nur noch 22 Leben. Er ist in der Corner. Er guckt in der Corner. Er guckt in der Corner. Er guckt in der Corner. Ja. Sag mal, wenn der losläuft. Nein, 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 nein. Jetzt ist er an der Treppe vorbei. Ja, hatte ich nicht auf dem Schirm. Hatte ich nicht auf dem Schirm. Hatte ich nicht auf dem Schirm. Jetzt guckt er Richtung Treppe. Jetzt ist er nicht mehr. Moment, 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 Moment. Wo ist er? Da. Nice. Tormite ist da vorne, wo der Marker ist irgendwo. Hinter den Schränken. Tormite in der Corner. Jetzt ist die Cam down. Ich hab schon drei geholt, Mann. Ja, geh einfach. Defensiv. Die haben ja keine Zeit mehr, was ich meine? Ach. dad- Das wäre fast ein Ace gewesen, ich hab noch einen Assistent bekommen. Alter Böbel, du schließt da so offen. Was macht er denn da drauf? Was ist da draußen, so Idiot? Soll ich den Fuß schießen? Warte, 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 warte. Hier, hier ist safe, denk ich. Wird doch nicht hier machen, Leute. Na gut. Verwinderter, Feuer einstellen! Wo ist denn die? Jetzt zieh weg nach mich noch. Oh, hier, hier. Wie geht das eigentlich? Du bist doch eine Frau, Mann. Ich bin abgerutscht, warte, warte. Na, verdammt, dieser blöde Tastenwand. Ey, da kommt die Treppe hoch, glaub ich. Ey, da kommt die Treppe hoch, glaub ich. Ja, ich komm ja schon. Ne, ne, hier doch. Welche, was ist das? Oh? Genau, genau unter mir war Fuse. Das hat halbes Leben. Es hat sich halt voll gelohnt, dass ich dich hingebatscht hab, ey. Ja, Fuse hat doch noch halbes Leben, deswegen. Naja, ich hab jetzt aber auch irgendwie Sledgier oder sowas weggemacht. Ist da noch einer Bilbo unter mir? Ähm, wir sind... Nein. Nichts. Doch, doch, doch. Doch, nein. Kommt jetzt einer rein. Wo? Dort hinten. Da kommt die kleine Treppe. Sicherlich. Nice. Okay, das Wort er auch. Danke. Toll. Super, nein, die ist irgendwie ein Menschenfresser. Und jetzt? Das war so... Das war so. Das war so, du. Also, das war so, du. Oh, du. War so. Nein, wir waren das. Oh, du. Oh, du. Oh, du. Oh, du, das war so. Das war so. Ich war so. Das war so. Vielen Dank.